Oh shit Ok Leute ich hab C4 Ich hab C4 Yo Leute was geht Ich bin back vor euch am Stizzle Meine Freunde ich zocke Fortnite Ich mache ein Fortnite Video Leute es gab ein Update Es gab ein Update und zwar gibt es jetzt C4 in fucking Fortnite Ich hasse C4 Weil ich habe schon so einen Klagen bekommen als ich damals Black Ops 2 gezockt habe Für die Leute die Black Ops 2 damals gezockt haben Ich glaube ihr wisst wovon ich spreche Auf jeden Fall würde ich sagen ich teste Mal den Scheiß und ich hole auf jeden Fall Easy Cheesy Lemon Squeezy Einen Sieg Für euch Ich werde euch alle so ficken Was sehe ich hier eine Kiste Ich wollte schon sagen hier gibt es keine Kiste Ich wollte schon einen Ausraster bekommen Verdammter Pisser Was denkst du dir eigentlich wer du bist? Was denkst du dir wer du bist? Kleiner Zigeuner alter Oh da war anscheinend noch keiner Da war noch Scheiße alter da war noch gar keiner alter Der mit Sun Der Der mit Sun ich werde da mega viele Sachen Looten können alter da war Wieso Ich habe schon eine Kiste alter Junge ich bin in einem Paradies Ich bin in einem Paradies alter Was sagt Er alter genau das was ich bedaufte Oh shit Ok Leute ich habe C4 Ich habe C4 Ich habe C4 Ich habe C4 Ich kann den Schritt mal direkt mal testen alter Perfekte Scheiße alter Perfekte Scheiße alter Perfekte Scheiße Oh shit Das wird ja immer besser alter Das wird ja immer besser alter Ich nehme mal den Scheiß hier Nimm mal den Scheiß hier Ja 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 Passt perfekt alter Nice Nice Munition Oh mein Gott Ok Ich bin auf jeden Fall gut ausgerüstet Ich bin gut ausgerüstet Ich bin sehr gut ausgerüstet Ich bin echt gespannt Wenn ich den Scheiß werfe Ob ich das dann auch erstmal aktivieren muss Ich habe keine Ahnung Und ich will den Scheiß ungern jetzt irgendwie großartig testen Weil vielleicht kann mich irgendjemand hören Und darauf hätte ich halt echt wenig Lust Darauf habe ich großartig keinen Turn Und ich sage euch ehrlich ich nehme lieber den Scheiß hier Statt äh Den anderen shit Oh man was soll ich nehmen Ey was soll ich nicht nehmen alter Ich glaube Bandagen sind wichtiger Ich glaube Bandagen sind wichtiger alter Aber ich brauche die Sniper Eigentlich brauche ich die Sniper nicht Also jetzt real talk Eigentlich brauche ich die Sniper noch nicht Kleiner Pisser alter Eigentlich hätte ich schon gerne eine Sniper eingepackt Aber ich will halt unbedingt dieses verkackte C4 benutzen Weil ich es unbedingt verkackt nochmal testen will Wollen wir Oh man ey wir müssen aber Oh shit ey Egal scheiß drauf Lass einfach mal hin Lass einfach mal hin gehen alter Okay Lass mich weiter außen Lass mich weiter außen Lass mich weiter außen Okay Ah kleiner Pisser alter Direkt mal Direkt mal Direkt mal Leben verändert alter Der hat gedacht alter Der hat gedacht der kann mich killen oder was Hat keinen einzigen Schuss getroffen Wollte Double Pump machen Oh nice Oh nice What do we have here alter Direkt mal noch ein Trank alter Perfekte Scheiß Digger Ich dachte jetzt du hast ne Ska oder so Das fand ich jetzt nicht so gut Ja ne Digga mir ist hier Wenn ich in Shitted Towers lande alter Ist mir Schilde und Medipacks A und O alter Dafür scheiß ich sogar auf Goldenes Sky Ja geil alter du bist tot alter Ja nice Die finischen dich Ja super alter nice Wo sind die sind die gegenüber von dir Die haben dazu Dein Oh shit Die haben nur 3,4 Leute Dude Ich bin weg Yo ciao Ich hab Ich hab Eier zucken Alter das geht nicht Das geht nicht alter Das geht nicht Ich mein ich will Ich will Wow 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 Ich bin runter gesprungen alter Und ich hab eiskalt mal Leben verloren Das nenn ich mal Das nenn ich Skills alter So erstmal hier Gepflegt mal die Scheiße abbauen Hinter dir hinter dir hinter dir Da war einer Da war einer Ich glaub das war nicht an mich gerichtet alter Doch 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 Bist du dir sicher? Ja ich hab doch einen gesehen nigga Der ist im Fluss gelaufen Im Fluss ist der gelaufen Achso da Siehste Weg links von dir Ja schön Ja Motherfucker bitch Ich fick dein Leben Motherfucker Ich fick dein Leben alter Dieses Video ist strikt Über 18 Hat eine Altersbeschränkung Von Youtube bekommen So erstmal noch ein bisschen Hier etwas abbauen Alter dass ich ein bisschen Gesaved bin Bisschen Loot hast Ich hab Elf Hits Also ich lese dir mal kurz meine Statistik vor Die ich jetzt in den 2 Minuten gehabt hab Ja bitte doch Bin 120 Meter gelaufen Hab 50% Prezi Damn 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 wenn ich sterbe Wenn ich sterbe Muss ich den Shit auch mal machen Aber ha Ich werde nicht sterben weil ich erster sein werde Ja Ey wenn du das mit der Ansage jetzt raushaust dann machst du ein Viva giveaway easy easy mit ansage jetzt was haben wir hier nix anscheinend war hier schon jemand denke ich zumindest ich weiß es nicht ich weiß ich weiß es nicht anscheinend nicht sehr gut sind verbände perfekt wow das nämlich skills alter das aber sowas von alter ich will mal sagen ich werde den scheiß sicherheitshalber mal direkt trinken nicht dass ich unnötig sterbe ja was haben wir hier hast das gerade gesehen da gibt es nicht nur full schild hier gibt auch von live ja wusstest du es nicht nein der gibt alles komplett ergibt ihr hunden 200 200 prozent alter ja warum das ist ja richtig am start hier also das wusstest du gar nicht der mit starker jetzt starker hat es so ich glaube der piek gleich den holst du dir der links und sie auch okay auch ich ein bau dich ein du bist gut dabei ja du bist gut dabei ich baue wie ein pro alter da merke ich gerade what the fuck what the oh damn son get the fuck out of here man die holiday 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 holly die conditioner links komm hin zu dir jetzt die typen ich wenn das ist echt mit anwahl gewinnt hilft ich habe keine muni mehr egal ich weißt du was die überleben den scheiß ähnlich ja ich habe die typen eliminiert Bei mir stand, dass ich den Typen eliminiert habe, weil das Ding ist, die Zone kommt auch bald In anderthalb Minuten und ich laufe schon mal in die Richtung, weil die Leute dort eh beschäftigt sind Von daher fuck it Jaja, die Zone kommt jetzt, ich werde jetzt ein bisschen kommentieren, damit du halt weißt, was abgeht Weil du aus irgendwelchen Gründen natürlich mal rausfliegen musstest Oh, hier ist auch, ich denke da ist jemand oder ich weiß nicht, weil da hat jemand etwas gebaut, etwas Kleines Etwas Kleines, anscheinend nicht, anscheinend ist er da nicht Okay, ich habe 345 Holz, 22 Stein Passt auf jeden Fall, er reicht aus, dass ich über die Runden komme Oh shit, oh shit Lebst du noch? Jaja, ich lebe noch, ich lebe noch Okay, Moment hier, Moment Moment, Moment, Moment Hold on a second Wait a minute Wait a minute, wait a minute What the fuck war das eben? Ja, das war, weil du die Regenbogen-Spur nicht ausgerüstet hast, das gibt dir nicht die extra Power Fuck, Alter, ja man, oh shit Oh shit, ich habe ihn gefunden, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn gefunden Ich fick dein Leben Jawohl, Alter, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her So 16 am Leben sind? Ja, ich Noch 8 Teams und du? Ja, ja, ja Der Typ, der Typ kommt langsam Der Typ kommt langsam an Ja, moin, Alter, moin Gestorben? Nein Wo hast du denn, hast wieder einen? Ja, Mann Ja, moin Oh, scheiße, ich habe sein Leben gute verändert, Alter Ich muss auf jeden Fall nochmal kurz runterrennen Weil da unten war noch so ein, äh, kleiner Trank Den muss ich mir gönnen Ich habe ja noch zwei Medipacks, von daher passt das Lebst du noch? Okay Ja, ja, ich lebe noch Ja, Leute, wie ihr seht, habe ich, äh, verloren Die Runde war aber nice Ich fand die Runde mega nice, war mega lustig Äh, deswegen wollte ich den Scheiß auf jeden Fall trotzdem hochladen Ich hoffe, euch hat der Scheiß gefallen Ähm, sorry, nochmal, dass die Kamera abgespackt ist Von daher, wenn euch dieser Shit gefallen hat, dann lasst ein Like da Wenn ihr neu seid, abonniert Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute Peace